Ja, ein gestrandetes Hallo. Heute kommt leider kein Video auf meinem Kanal, aber dafür kommt nächste Woche jeden Tag ein neues Video. Das Ganze nennt sich die Nostalgie Woche und damit feiere ich, dass mein Kanal drei Jahre alt wird. Und deswegen hoffe ich, dass euch die nächsten sieben Videos, die dann nächste Woche kommen, gefallen werden. Schaltet da unbedingt immer ein. Freut euch auf morgen. Ciao.